Aber dann gehen wir mal von der Kommunikation zurück. Also was mich wirklich wurmt bei Heinsberg ist, dass sie damals mit diesen sieben Toten im Kreis Heinsberg eine Sterblichkeit berechnet haben. Jetzt ist rausgekommen bei ihrer ZDF-Sendung, dass es 13 Tote im Nachhinein waren, fast doppelt so viele. Few moments later. Ich will nur sagen, ich habe ihn damals nicht für seine Forschung kritisiert. Auf keinen Fall. Ich kritisieren, das steht mir auch gar nicht zu, ich bin Wissenschaftsjournalistin, ich kritisiere die Kommunikation darüber.